Lammfilet im Wok mit allerlei Zutaten. Hier sieht man es, Zuckererbsen, Peperoni, Frühlingszwiebeln, Zucchini, Ingwer, Knoblauch, Zwiebeln, Paprika, hier hinten Fischsoße, Austernsoße, Honig, Kumin, Harissa und natürlich Sojasoße. Das sind so im Wesentlichen die Komponenten. Gekocht habe ich für zwei Personen, das müssten so 400 bis 500 Gramm Lammfilet sein, mehr ist es nicht. Ich habe das jetzt mal so ein bisschen quer geschnitten, in dünne Streifen geschnitten. Ich denke immer dran, Stäbchen essen, chinesisch. Beziehungsweise um es halt Wok gerecht dann so zu essen. Dann wird das Fleisch mariniert und zwar mit Honig, mit Sojasoße und mit Kumin und ein Teelöffel Harissa rein, um gewisse Schärfe schon reinzubringen. So, und das dann schön vermengen und dann wird das Fleisch erstmal beiseite gestellt, bevor es dann an den Wok geht. So, die ganzen Sachen sind jetzt geschnippelt. Jetzt mache ich noch eine Soße aus Fischsoße. Ein paar Spritzer, ist vielleicht einen Teelöffel, ein bisschen Austernsoße, wird so, äh, Esslöffel, Esslöffel Fischsoße von der Austernsoße. Auch einen kleinen Klecks sozusagen. Dann nochmal ein bisschen Sojasoße dazu. Auch ein bisschen Salz und Pfeffer noch dazu. Salz sehr wenig, weil die Sojasoße schon salzig genug ist. Ähm, ein bisschen Pfeffer dazu. So, und das ordentlich miteinander vermengen. Und das war's. Das ist die Soße, die nachher dazu kommt. Keine Stärke dieses Mal, weder beim Fleisch noch, ähm, noch in der Soße. So, Paprika kleingeschnitten, Zwiebeln kleingeschnitten, äh, die Trilogie, Peperoni, Ingwer, Knoblauch und Zucchini in grobere, längere Streifen geschnitten. Wie gesagt, ich denke immer an Stäbchen essen. Das Fleisch ist fertig, so da ich draußen wocke, äh, bei diesem Gericht auf, äh, ach ne, ich hab's drinnen gemacht. Drinnen gemacht, ja, hey. Okay, okay, Erdnussöl. War mir das Wetter wohl zu schlecht. Also, Erdnussöl, reichlich. Äh, und da ich jetzt drinnen gewockt habe, habe ich das Fleisch in mehreren, äh, Schichten quasi, äh, ähm, äh, angegart. Ähm, ähm, weil sonst kocht das nur und kriegt diese Röstaromen nicht rein, ne? Das ist wirklich sehr wichtig. Ähm, das Fleisch wird maximal anderthalb Minuten angebraten. Äh, es ist Lammfilet, das kann gerne in rosa sein. Außerdem kommt's nachher nochmal mit dem Rest wieder zusammen und kann dann auch zu Ende garen, wer es wirklich durch haben will, ne? Dann wichtig mit einem Schaumlöffel das Fleisch rausnehmen, damit, ähm, das Öl drin bleibt, noch der ganze Geschmack auch in dem, in dem Öl bleibt, wo naja die anderen Komponenten dazukommen. Das heißt, das Fleisch anbraten in zwei Schichten, das hat jetzt, äh, keine fünf Minuten gedauert. So, auch hier mit dem Schaumlöffel raus und, äh, die schon richtig geschmackgetränkte, äh, ähm, das Öl, ähm, 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 bleibt dann in der Pfanne. So, erstmal die Trilogie rein, äh, Peperoni, Knoblauch und, ähm, Ingwer. Hier rechts sieht man, dass ich Basmati-Reis ansetze, mach fast immer Basmati-Reis dazu bei meinen Wokgerichten. Dann kommen die reichlich Zwiebelstreifen rein, alles schön andünsten, bis die Zwiebeln anfangen weich zu werden. Das geht relativ schnell. Und, äh, den Wok fahre ich mit ziemlich hoher Hitze, also fast auf maximal einen Tick drunter. So, dann kommen die, äh, Zuckererbsen und die Paprika dazu. Ein bisschen Sesamöl noch, also rein aus Geschmacksgründen. Immer noch eine feine Note dem, dem ganzen, äh, Gericht. Ganz am Schluss, die brauchen am wenigsten lang, soll nicht so matschig gekocht werden, kommen die Zucchini-Streifen dazu. Das macht schon Sinn, dass die noch ein bisschen Bissfestigkeit haben am Schluss. Ah, sieht schon lecker aus, war auch lecker. Also, beim Wokken kann man ja eigentlich kaum was verkehrt machen, das muss einfach schmecken. Dann kommt die Soße dazu, wie gesagt, in Summe waren das zwei, vielleicht drei, äh, Esslöffel an Soße. Und dann kommt das Fleisch nochmal dazu und dann wird alles schön eingeschwenkt, miteinander verbunden, dass die Soße und alle Geschmäcker wirklich überall verteilt sind. Und dann ist das Essen fertig. Das war's. So, Frühlingszwiebel noch drauf und dann anrichten. Basmati-Reis ins Schälchen. Das Wockgericht drauf und los geht's mit dem Genießen. Super lecker, sehr schmackhaft. Viel Spaß beim Nachmachen und guten Appetit.